Wir haben Sailor, das heißt, wir haben eine Sendung, wo wir ein Produkt haben, was normalerweise viel mehr kostet, radikal reduziert. Und zwar nur jetzt. In den nächsten zwei Stunden haben wir ein besonderes Kontingent vom Hersteller bekommen. Und es geht heute, und jetzt hören Sie zu, um unsere Fensterputzroboter. Die Artikel, die wirklich jeder haben will, die aber schon normal sehr günstig sind, aber jetzt nochmal radikal reduziert wurden. Wir stellen Ihnen zwei Fensterputzroboter vor und sind beide nochmal um 50 Euro runtergesetzt. Fensterputzen ist eine Sache, die macht niemand von uns gerne. Und wir haben Roboter, die das machen können, aus dem Hause Robot. Das sind Spitzengeräte. Und das heißt, dass ich endlich die Leiter loswerde und die Reinigungsflüssigkeiten, wo ich dann immer mit der Hand rein muss, triefende Lappen habe ich dann. Das macht einfach keinen Spaß. Deswegen habe ich mich hier mal bequem hingesetzt, habe eine Pause gemacht vom ganzen Fensterputzen. Sie haben ja hier gesehen, wie viele Fenster, große Fenster wir hier im Set haben. Also das macht so keine Lust. Deswegen würde ich sagen, das Ganze schieben wir jetzt mal beiseite, denn das brauchen wir alles nicht. Wir brauchen nicht mehr uns die Finger schmutzig machen. Wir brauchen nicht mehr auf die Leiter steigen und Angst haben, dass wir da runterfallen. Nö, die stellen wir jetzt ganz einfach weg. Dankeschön, Diana. Jetzt kommt nämlich unser Fensterputzroboter zum Einsatz. Der ist wirklich genial, weil er uns das alles, was wir am Fensterputzen nicht mögen, nicht zuletzt die Zeit, die wir da investieren müssen, abnimmt. Und gerade aktuell, alles voll mit Pollenstaub. Ich habe mich heute draußen auf unsere Sitzmöbel gesetzt. Der ganze Poppes war gelb und die Autos sind voll mit den Pollen und die Fenster natürlich auch. Und das macht absolut keinen Spaß, durch so pollenbenetzte Fenster zu schauen und gerade so pollenbenetzte Fenster aufzuputzen. Das ist alleine viel zu anstrengend. Lassen wir lieber erledigen. Schauen wir uns das mal direkt hier an der Fensterfläche an. Wir schalten den hier an. Und jetzt sehen Sie schon, der hält wie von alleine hier an dem Fenster. Und wenn wir jetzt auf Start drücken, dann beginnt der Reinigungsprozess. Da geht er jetzt schon los, unser Fensterputzroboter. Und wir können uns doch mal so richtig schön bequem machen, oder Ingo? Wollen wir uns jetzt zum Fensterputzen mal hinsetzen? Können Sie das von zu Hause sagen? Das ist unglaublich, ne? Ja. Guck mal, wir sitzen hier, während der Fensterputzroboter die Arbeit für uns erledigt. Sie müssen das nicht machen. Wir können jetzt ein Buch lesen, uns nett unterhalten, während der Roboter seine Arbeit macht. Ich finde das unglaublich. Das ist der Fensterputzroboter, den ich mir letztes Jahr zum Geburtstag gewünscht habe. Ich wusste vorher nicht, bevor ich hier gearbeitet habe, dass es sowas überhaupt gibt. Aber wir sind so begeistert, meine Frau und ich, davon, dass ich den unbedingt haben wollte. Und jetzt will ich Ihnen mal was sagen, was das Größte daran ist. Wenn man spontan das Fenster dreckig sieht, sagen wir am Montag oder Dienstag oder Mittwoch, heute ist Mittwoch, dann denkt man, ah, Samstagvormittag muss ich wieder das Fenster putzen. Man macht es nicht sofort. Natürlich muss man sich dafür Zeit nehmen, alle möglichen Sachen dafür besorgen, auf eine Leiter klettern, wie du gesagt hast. Das ist jetzt kein Problem. Sobald das Fenster dreckig ist oder irgendwo Fingerabdrücke drauf sind, kann man den einfach ransetzen und der macht seine Sache. Sie sehen, hier kommt die Flüssigkeit raus. Also wirklich macht die Sache sehr, sehr gründlich. Wir schauen mal auf Pearl.de. Wir haben ja eine Sale-Out-Sendung. Und da sehen Sie, dass er normal schon sehr günstige 350 Euro kostet. Die unempfindliche Preisempfehlung hier liegt übrigens bei 700 Euro. 350 Euro ist der Preis, den Sie bei Pearl.de in unserem Katalog oder in all unseren anderen Kanälen bezahlen. Wir haben es heute im Sale-Out für 50 Euro weniger. Für 299,99 Euro kommt dieser Fensterputzroboter zu Ihnen, wenn Sie in den nächsten zwei Stunden bestellen. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Ja, und den haben Sie dann immer zu Hause und können den jederzeit verwenden. Nicht nur für die Fenster, auch für alle glatten Oberflächen, für gefließte Flächen, für Spiegelflächen. Ich habe zum Beispiel auch Glastüren zu Hause. Die bleiben natürlich länger von Pollenstaub verschont, aber auch die müssen mal geputzt werden, weil sich da allerlei Finger-Datscher immer wieder so ansammeln. Ja, oder Hundenasen oder egal was. Ja, ist ja so. Richtig. Und ich finde das so toll, dass wir jetzt hier diesen Sale-Preis haben, weil das ist einfach sowieso schon unbezahlbar, die Zeit, die wir uns hier sparen können. Wenn wir das mal zusammenrechnen, wie viel Zeit wir damit verbringen, unsere Fenster zu putzen, wie viel Mühe uns das kostet. Das ist so, so viel Zeit, die unbezahlbar ist. Und das holen Sie sich hier nach Hause. Sie holen sich hier die Flexibilität nach Hause. Alles während der Roboter die Arbeit für Sie erledigt. Alles andere zu machen. Entspannen. Mal andere Hausarbeiten. Wir haben ja auch so viel Hausarbeit insgesamt sowieso schon zu tun. Du sprachst gerade vom Putztag. Da haben wir natürlich noch viel mehr Sachen. Beispielsweise die Wäsche, die gewacht werden muss, die aufgehangen werden muss. Das Bad muss auch noch, das Becken muss auch noch geputzt werden. Stellen Sie sich mal vor, Sie stehen im Bad, Sie putzen das Becken und der Spiegel wird ganz einfach vom Fensterputzroboter übernommen. Wie toll ist das denn? Jeden Morgen sind da Zahnputzspritzer drauf. Wir setzen dann einfach den Roboter drauf. Das dauert ein paar Minuten, dann ist der Spiegel wieder blitzeblank. Sie sehen hier in den Zuspielern diese Fenster. Wenn Sie solche Fenster zu Hause haben, schauen Sie mal, so eine, die von oben bis unten geht, dann ist das eine echte Strafe, so etwas putzen zu müssen. Gerade wenn Sie Kinder haben, sind da auch immer Fingerabdrücke drauf. Und jetzt gerade natürlich noch mit den Pollen ist das unglaublich, wie dreckig Fenster werden. Das ist Ihre Visitenkarte. Das sehen Sie sofort, wenn Sie in eine Wohnung kommen, ob die Fenster geputzt sind oder nicht. Mit dem ist das kein Problem, das immer in Schuss zu halten, immer sauber zu halten. Egal, wie groß Ihr Fenster ist, da sind fünf Meter langes Kabel dran. Das geht also wirklich für die allergrößten Fenster. Wintergärten. Ja, ja, ja. Alles was, was sehr, sehr schön anzusehen ist, wenn es sauber geputzt ist. Aber das zu erzielen, das ist so viel Aufwand. Und ich finde es so toll, dass wir hier höchste Qualität Ihnen anbieten dürfen für diesen unglaublich guten Preis. Also Sie haben gerade Einblicke bekommen in diese ausgeklügelte Technik. Lasersensoren sind damit eingebaut. Drucksensoren. Sie haben Brushless Motor, dafür Langlebigkeit steht. Also das ist wirklich ein Haushaltshelfer, von dem werden Sie richtig viel haben, wenn Sie den zu Hause haben, weil Sie den sehr, sehr viel verwenden werden. Ja, es ist ja eins unserer Bestseller, es ist eins unserer Top-Produkte, was Sie eben jetzt mal zu diesem Sale-Out-Preis bekommen. Nochmal, Sie sparen 50 Euro in den nächsten zwei Stunden. Das ist was ganz Besonderes. Ich habe den noch nie zu diesem Preis verkauft. Wir hatten mal Versandrückläufer, die waren aber auch schnell weg. Aber hier haben wir ihn jetzt mal regulär ab Lager lieferbar. Hier sehen Sie mal die ganzen Preise, die die Firma Hobot gewonnen hat. Und da sehen Sie unseren Preis. Da sehen Sie unseren Fensterputzroboter, den wir jetzt hier haben. 2019 hat er den Innovation Reward auf der CES bekommen. Die CES ist die Consumer Electronics Show. Da sind Millionen von Leuten. Die weltweit größte Consumer Electronics Messe ist das. Da hat dieses Stück hier unser Fensterputzroboter einen Innovation Award bekommen. Ist prämiert. Das bekommen Sie alles mit dazu noch. Deswegen wollte ich Ihnen noch gezeigt haben. Das ist wirklich der Wahnsinn. Sie bekommen nicht nur den ultimativen Haushaltshelfer nach Hause. Sie bekommen auch noch insgesamt drei Mikrofaserpads zum Wechseln mit nach Hause. Sie bekommen eine Fernbedienung mit nach Hause, mit der Sie den Fensterputzroboter auch steuern können. Eine kostenfreie App ist auch für Sie mit dabei. Die Reinigungslösung ist auch mit dabei in original Herstellerqualität. Und ein Notfallabsturzseil gibt es auch noch mit dazu. Und das alles jetzt im Sale. Wahnsinn. Ja, das Notfallabsturzseil brauchen Sie nicht. Weil in dem Moment, wenn mal Strom weg sein sollte, hält er sich noch 20 Minuten fest. Der hat so einen Notfallakku drin. Hier sehen wir das ganze Paket, was Sie bekommen. Sie bekommen ein Päckchen. Da ist unser Fensterputzroboter, unser absoluter Bestseller mit diesem ganzen Zubehör dabei. Und das heute. Ich sag's nochmal. Der Preis ist nur 299,99 Euro. Unter 300 Euro für unseren Fensterputzroboter, der natürlich versandkostenfrei zu Ihnen kommt. Sie können am Wochenende jetzt schon Besitzer eines Fensterputzroboters sein. Stellen Sie sich das mal vor. Das ist unglaublich. Wie gesagt, alle glatten Flächen, sogar Fliesen macht der. Wir haben so eine Duschwand. Ich hab das gehasst, die nach jedem Duschen mit dem Abzieher immer abziehen zu müssen. Einfach den Fensterputzroboter drauf. Die sieht aus wie neu. Keine Kalkflecken drauf, gar nichts. Das macht alles unser Fensterputzroboter. Wir lieben den Maren und ich. Vor allem ist es ja auch so schön, weil du die Flächen einfach auch viel leichter sauber hältst, wenn es so einfach ist, den Roboter einfach nur anzusetzen, anzuschalten. Und das war's. Ich krieg ja jetzt schon das Grauen davor, wenn ich mir vorstelle, jetzt die Fenster zu putzen mit dem ganzen Pollenstaub. Da hab ich einfach keine Lust. Das brauchen Sie nicht mehr haben. Dieses schlechte Gewissen, wenn Sie aus dem Fenster schauen und sich denken, ich muss das echt mal machen. Ich bekomme Besuch in zwei Tagen. Da sollten die Fenster schön sein. Das ist alles kein Problem mehr, wenn Sie sich den Fensterputzroboter jetzt zu diesem tollen Preis nach Hause bestellen. Ja, wenn wir ihn auf die andere Seite mal ansetzen, dann sehen wir auch genau, wie der funktioniert. Der saugt sich. Also wir haben das eben gesehen. Man stellt ihn an und in dem Moment saugt er sich schon an der Scheibe fest und fällt nicht mehr runter. Dann sehen Sie oben und unten diese schwarzen Streifen. Das sind Gummiwalzen, mit denen er ganz schonend über ihre Oberfläche fährt und dann mit dem gelben Vlies, das ist Mikrofaser, die kann man natürlich auch waschen, putzt er jetzt die Fenster. Und das ist intelligent. Das heißt, er weiß, wo er schon gewesen ist und macht es ganz, ganz intelligent. Hier unser Fensterputzroboter. Und Sie können in der Zeit wie Diana, wie unsere Diana einfach aus dem Fenster schauen und die Natur genießen. Ja, und das macht so viel mehr Spaß, wenn ich einfach grundsätzlich immer saubere Fenster habe und ich diese ganzen Monate immer verstreichen lasse, bis dann der eine Termin da ist, alle halbe Jahre, wo ich dann mal gesagt habe, okay, ich putze jetzt mal die Fenster. Und es ist so schön, auch nicht mehr hoch zu müssen, in die Knie zu müssen, gerade bei beispielsweise Wintergärten. Und das ist eigentlich eine Katastrophe, wenn man daran denkt, die zu putzen. Und das Tolle ist ja auch, dass dieser Fensterputzroboter nicht nur in der Vertikalen putzen kann, sondern tatsächlich auch kopfüber. Also der kann sich kopfüber auch halten. Also denken Sie beispielsweise auch an Ihre Dachfenster oder Wintergärten sind ja oftmals auch von oben verglast. Da ist das natürlich auch eine sehr, sehr schöne Sache und es ist einfach keine lästige Arbeit mehr da mit das Fensterputzen. Diana, wie viel Fenster hast du bei dir in der Wohnung? Balkon. Also auch... Balkon ist auch eine ganze Front, ne? Und auch zwei Zimmer, also jede Zimmer im Scharfzimmer. Zwei Fenster, also viel. Viel. Auch Duschen, auch Fliesen, in Küche, in Badezimmer. Also das ist einfach viel. Und ich habe das für meine Mama gekauft, weil sie haben zwei Hauser. Und sie hat gesagt, das war mein bestes Geschenk in ihrem Leben. Ja, das ist echt so. Es spart so viel Zeit. Es spart so viel Zeit, ist sicherer und super gründlich. Hier sehen wir nochmal den Pearl.de-Preis und unseren Katalogpreis, der liegt bei 350 Euro. Womit der schon ein Bestseller ist und sehr beliebt bei Ihnen ist. Wir haben ihn heute im Sale-Out für 50 Euro weniger. Die nächsten zwei Stunden, wenn Sie anrufen, kostet er nur 299,99 Euro mit der Bestellnummer. Und jetzt wird es wichtig. NX 6057 und die 569, damit Sie diesen Preis bekommen. Das ist unser Topseller nach wie vor natürlich. Aber wir haben dieses Jahr ein neues Modell bekommen von Robert. Die haben unseren Bestseller nochmal weiterentwickelt. Und das ist jetzt unser Spitzenmodell. Genau, das ist das Spitzenmodell. Das Modell 2022 war ja schon letztes Jahr froh, dass wir den ausnahmsweise sogar früher schon hatten. Im November, Dezember haben wir den bekommen. Genau, richtig. Und ich finde es einfach schön, dass wir hier nochmal eine Weiterentwicklung haben zum vorherigen Modell. Die Technik ist nochmal ein bisschen besser geworden. Also schon sehr, sehr gut durchdacht hier. Und auch sehr gut, finde ich, hier die zwei Sprühmittel-Tanks. Das heißt, von zwei Seiten wird Ihre Fläche hier mit Reinigungslösungen benetzt. Doppelte Effektivität haben Sie dadurch. Und Sie haben alle Vorteile eines Fensterputzroboters auch hier wieder. Sie müssen nicht mehr selber Fenster putzen. Sie müssen nicht selber immer wieder in die Knie gehen. Das führt ja auch zu Kreislaufproblemen. Vielleicht hat man es auch so ein bisschen in den Knien. Und das ist auch noch eine Weiterentwicklung. Hubert spricht jetzt mit uns. Also für mich sind meine Haushaltsroboter vollwertige Familienmitglieder, weil die machen auch ordentlich was im Haushalt, sprechen mit mir in diesem Fall. Also das ist wirklich genial hier gemacht, weil Hubert natürlich auch in Ausnahmefällen mit einem spricht. Wenn irgendwas nicht stimmt, beispielsweise es ist ein Stromausfall, dann sagt uns Hubert, der Strom ist nicht da. Bitte kümmere dich um die Stromzufuhr, so ungefähr. Das war jetzt kein wörtliches Zitat. Also es ist so genial gemacht. Und das ist hier eben beste Technik, die Sie sich nach Hause holen, zu dem wunderbaren Sale-Preis hier. Und das lohnt sich so richtig. Wir schauen noch mal auf den Sale-Preis hier. Die unverbindliche Preisempfehlung ist 799,90 Euro. Fast 800 Euro. Auf Pearl haben wir ihn für unglaubliche 449,99 Euro. Wir haben heute im Sale-Out noch mal 50 Euro runtergenommen. Für die nächsten zwei Stunden bekommen Sie unser Spitzenmodell, den neuesten Fensterputzroboter hier, für 399,99 Euro. Da sollten Sie wirklich zuschlagen, der Preis kommt so schnell nicht wieder, das kann ich Ihnen versprechen. Wir haben den ablagern lieferbar. Das heißt, den können Sie in wenigen Tagen bei sich haben. Und er nimmt die Pollen von Ihren Fenstern weg. Er macht Ihre Duschkabinen sauber. Er macht Ihre Fliesen sauber. Er macht Ihren Spiegel sauber. Wir haben so einen Kleiderschrank mit so einer riesengroßen Spiegeltür. Das ist also, wenn man den aufmacht, sind da immer Fingerabdrücke dran. Den setzen wir einfach ran und dann macht er sauber. Es ist einfach unglaublich. Und schon. Nochmal, der Sale-Preis. 50 Euro runter, 399,99 Euro. Und da haben Sie den vollen Leistungsumfang hier. Sie haben nicht nur den Fensterputzroboter, sondern auch das umfangreiche Zubehör hier mit dabei. Es wird Ihnen wirklich leicht gemacht, Ihre Fenster zu putzen, weil Sie hier insgesamt drei Mikrofaserpads auch noch im Lieferumfang mit enthalten haben. Das heißt, Sie können zwischendurch auch einfach mal auswechseln. Gerade bei so großen Fensterflächen möchten Sie vielleicht von dem einen zum nächsten Fenster wandern und da nochmal die Pads auswechseln. Hier sehen Sie nochmal diese duale Sprühtechnologie. Und das ist natürlich auch toll. Ich muss nicht mehr mit den Reinigungsflüssigkeiten in Berührung kommen. Der Fensterputzroboter erledigt das von ganz alleine. Und die Reinigungsmittellösung ist natürlich hier genial, auch in Herstellerqualität und kommt auch so zu Ihnen nach Hause. Kommt alles. Sie können Sie sofort benutzen hier unseren Spitzenmodell. Nochmal, Sie sparen 50 Euro heute in Sale. Der Preis ist der Hammer. In wenigen Tagen bei Ihnen hier. Die Bestellnummer, sage ich Ihnen auch schon mal, ist die ZX 7080 und die 569. Ganz wichtig, damit Sie den Preis bekommen. ZX 7080 569. Sie können auch zu pearl.tv gehen. Wenn Sie darüber bestellen, haben Sie noch ein paar andere Zahlungsmöglichkeiten. Da können Sie dann auch mit PayPal bezahlen, mit Kredittarte, ich weiß nicht, alles Mögliche. Und hier heißt es eben schnell sein. Weil wir haben jetzt ein kleines Kontingent bekommen, was wir Ihnen zu diesem Preis anbieten können. Und ich finde es so toll, weil ich glaube, Sie werden, ich bin mir sogar ziemlich sicher, der wird sich so schnell bezahlt machen, weil Sie werden nicht mehr aufhören, den zu verwenden. Sie werden alle Glasflächen damit reinigen können, alle glatten Oberflächen. Wir hatten eben gerade hier auch eine rahmenlose Fläche gehabt, wie es zum Beispiel bei meiner Glastür der Fall ist. Das ist ausgeklügelte Technik, die auch das möglich macht. Also viele Dinge, an die ich jetzt als Laie vielleicht nicht denke, hat dieser Roboter schon intelligent mit enthalten. Und das ist es halt. Das ist eine einmalige Investition dafür, dass Ihre Fenster immer sauber sind, weil Sie den jetzt in den nächsten Tagen vor allem auch häufiger ans Fenster ansetzen werden, als Sie sich selber zum Fenster bewegt hätten, um sie mühevoll selber zu säubern. Also Ralf hat ja zum Beispiel auch die These, dass bald jeder Haushalt mal so einen Fensterputzroboter haben wird. Genauso wie Waschmaschinen. Toaster, genau. Und ich glaube, Saugroboter sind auch immer mehr vertreten in den Haushalten, weil es einfach so einfach ist. Sie können es sich leichter machen. Es ist wirklich so einfach. Gerade diese Fenster. Es gibt diese Fenster, die kann man nicht aufmachen. Da muss man von außen irgendwie einen Fensterputzer kommen lassen. Hier greifen Sie einfach rum, setzen den Roboter an, drücken, start und er fährt das ganze Fenster ab. Wintergärten sowieso. Da muss man normalerweise Gerüste aufbauen, um die sauber zu machen. Hier sehen wir nochmal den Sale-Preis. Ich rate Ihnen jetzt zuzuschlagen. Das ist der absolute Wahnsinn hier. 399,99 Euro statt 450 Euro, 50 Euro geschenkt, die Sie jetzt sparen, wenn Sie unseren Spitzenmodell Profi-Fensterputzroboter bestellen. Die Bestellnummer ist die ZX 7080 und die 569. Es hat riesen Spaß gemacht, das nochmal zu zeigen. Ich bin so froh, dass wir diesen Preis haben. Das habe ich wirklich noch nie gesehen hier. 50 Euro bei den, ich sag mal, kleineren Modellen inzwischen oder unser Spitzenmodell. Sie sparen jeweils 50 Euro. Beide sind ab Lager lieferbar in einem kleinen, also begrenzten Kontingent, die wir Ihnen jetzt eben zu diesem absoluten Hammerpreis anbieten können. Wenn Sie je drüber nachgedacht haben, jetzt ist die Zeit. Also ran ans Telefon, keine Zeit verlieren und unseren Fensterputzroboter bestellen. Viel Spaß damit.